Hallo, jetzt gibt es ein neues Räucherhaus Video mit Funke. Und zwar Bengalomix, leuchtstark von Argento. Schöne F1-Bengalos. So sehen die aus, 6 Gramm pro Stück. Mal sehen, was die können. Ich gucke einfach mal raus hier. Oh, da bin ich aber gespannt. So, man sieht, die Sonne scheint noch. Wenn es dunkel ist, werden wir 1 pro Sorte zünden. Und dann bis später. So, vielleicht mache ich die ja alle gleichzeitig. Oh ja, die kann man gleichzeitig machen. Grün. Eins ins Haus rein, ein bisschen. Da. Violett, gelb, grün, rot und blau. Naja, das Violette, egal. Ist jedenfalls schön jetzt hier. Könnte man sogar eine Hand halten. Oh. Ja, die sind auf jeden Fall sehr gut. Ja, super. Und dann bis zum nächsten Mal. Mal. Vielen Dank.